...sohnes und des heiligen Geistes. In die Gemeinschaft der Glaubenden bist du nun aufgenommen, Claire Richelle. Wir begrüßen dich ganz herzlich und können dabei einen Applaus geben. Ich werde dich jetzt, Claire Richelle, mit dem Öl des Grisamts salben. Ein wohlrichtendes Öl, womit auch Könige damals gerieben wurden, zur Würde, zur besonderen Hervorhebung der Würde. Ich bin Ihr Name. Ich bin ich in den Kuchen. Ich bin ich in den Kuchen. Ich bin ich von Ihnen. Vielen Dank.